Hi, ich bin Leo, ich bin neu am IFAC und ich habe 2020 angefangen am IFAC in meinem Industriepraktikum, damals zum Thema einer induktiven Positionierung für diesen kleinen Gabelstapler, den vielleicht einige von euch schon mal im Technikum gesehen haben und durfte dann auch meine Bachelorarbeit anschreiben, habe einige Tätigkeiten hier als Wissenschaftler durchgeführt und auch meine Masterarbeit vor kurzem hier geschrieben und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Geschäftsfeld Messtechnik und Leistungselektronik. Weihnachtstraditionen. Wir sind mit der Familie früher immer in den Skiurlaub gefahren über Weihnachten. Als es dann hier angefangen hat, dass kein Schneemail lag über Weihnachten, sind wir dann immer zum Schnee hingefahren. Das würde ich dieses Jahr auch wieder gern machen, aber dadurch, dass ich gerade Papa geworden bin und der kleine ersten Monat alt ist, vielleicht noch ein bisschen früh zum Ski fahren. Deswegen verschieben wir das nochmal. Stressfreies Weihnachten. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, aber vielleicht wie ich es mir seit Jahren ein wenig weniger stressig mache, ist durch weniger Geschenke. Das machen wir in der Familie so, dass wir nicht jedem was schenken, sondern wir losen aus, wem wir was schenken, sodass jeder nur einen Wichtelpartner hat und dann bekommt jeder ein Geschenk und jeder verschenkt eins und das entzerrt Weihnachten ein bisschen. auch der masking ist, das bringt es einfach nicht mehr. Also, werdeten wir die